Wir sind die Frauen am virtuellen Brunnen und das ist die Ausgabe im August. Heute ist der 27. August. Der August ist auch schon bald wiederum. Und wir haben uns am Brunnen versammelt, am virtuellen Brunnen. Einmal, weil es schön kühl ist, dann ist es bei mir jedenfalls immerhin noch heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und wir wollen darüber sprechen. Jetzt ist praktisch zwei Drittel des Jahres vorbei. Was hat sich in diesem Jahr in unserem Leben verändert? In unserem Leben, in unserer Art und Weise, wie wir das Leben leben, wie wir das Leben sehen, wie wir die Welt sehen. Und zu Anfang machen wir da erstmal wieder, wie üblich, ein Check-in. Und ich fange damit an. Ich bin also die Heidi in Italien und bei uns ist immer noch gut heiß. Also 34 Grad und so. Und Nacht schlafen ist manchmal auch schwierig, weil man einfach nass aufwacht. Aber sonst freue ich mich, denn bald wird es kühl werden. Und ich liebe die Wärme. Und ich liebe nicht den Winter. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier bin. Und ja, jetzt gebe ich weiter an Ramona. Ja, schöne Grüße aus Berlin, dem Hexenkessel. Habe ich zumindest den Eindruck. Mir ist so ein bisschen mulmig hier. Und ansonsten mache ich meine ganzen Sachen, die ich so mache, meine ganzen Termine. Und ja, morgen verlasse ich die Stadt. Und entziehe mich hier dem, was sozusagen angekündigt ist und das, was ich hier spüre. Um auch meine Familie zu beruhigen. Meine Mutter ist schon seit zehn Tagen hüppelig und hat Angst um ihr Kind. Ja, kannst du kurz für die Rekord sagen, was da ist? Mal gucken, was da ist. Also sie hatten ja am 1. August hier eine Demo gemacht, direkt vor meiner Haustür. Also ich wohne ja hier so mittendrin. Und hier läuft ja alles lang. Und für morgen war die nächste angekündigt. Weil es ja irgendwie so. Dann haben sie ja vor zwei Tagen das verboten. Jetzt je nachdem, wo man liest, weiß ich nicht, welche Nachrichten da jetzt stimmen, dass da tausend bis mehrere tausend Demo-Anträge jetzt auf dem Tisch liegen beim Amt. Ganz viel Polizeiaufgebot, ganz viel Eskorten, alles Feuerwehr. Also seit Mittwoch ist hier Blaulicht. Es hat sich jetzt seitdem, das jetzt doch wieder erlaubt ist, heute Nachmittag, das Gefühl, die energetisch etwas entspannt hier in Berlin. Aber entspannt auf einem Niveau so, hm, also nicht mehr so. Also heute Morgen, als ich rausging, habe ich gedacht, ach du meine Güte, was wird das hier? Und dann Mittag, als diese Nachricht raus war, nach dem Mittagessen, nach dem Lunchtermin, dann dachte ich so, okay, aber es kribbelt. Es kribbelt hier, es ist hier ganz aufgewühlt. Und genau, ich spüre halt auch meine Mutter, die würde das mal nicht so formulieren, aber ich fahre jetzt ans Stadtrand zu meiner Familie und mache einen Familientag und muss halt, muss mal gucken, wann ich in die Stadt morgen wieder fahre oder ob ich dann außerhalb der Stadt schlafe, was hier los ist. Da werde ich morgen mal dann doch mal in die Nachrichten gucken und was hier wie passiert. Also das ist, ja, also was man da so hört, ich weiß nicht, was wahr ist. Man hört ja da so einiges, was hier geplant wohl ist an Demonstrationen und so. Also das ist, ja, das sind dann offensichtlich die Schattenseiten dieser zentralen Wohnlage. Aber gut, schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Danke für die Erklärung. Magst du weitergeben? Dann gebe ich weiter einfach an Anna. Gut, danke schön. Erstmal mag ich sagen, Heidi, dass mir deine neue Frisur, die Sommerfrisur, gut gefällt. Bei uns ist der Sommer vorbei. Heute Nachmittag um fünf ist es gekippt. Also hier zumindest, heute früh noch im Wesslinger See gebadet, geschwommen. Und so um fünf hat es dann angefangen zu regnen. Und das ist so wie ein Ende der schönen, wirklich heißen Sommertage. Genau, also was jetzt herausgehört wurde, nehme ich an, ist eben, ich bin in Bayern in der Nähe von München zu Hause. Und ich gebe weiter an die Marie Rose. Ja, ich bin im Moment auch in Bayern in der Nähe von Deggendorf und ja, habe auch einen schönen warmen Tag gehabt, bin Rad gefahren und habe dann in einem See gebadet und da lagen aber ganz viele Samen von Birken drin und es juckt mich unglaublich überall jetzt und von daher bin ich ein bisschen hippelig. Es ist unglaublich, ich habe das noch nie gehabt, so viel kleines Jucken. Ja, gut. Und jetzt hat es hier auch angefangen zu regnen, ordentlich, ganz ordentlich. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Mir geht es gut, weil ich eben im Urlaub bin und ja, viel Natur habe, Spaziergänge, kleine Ausflüge, Radfahren im Seebaden. Ich gebe weiter an dich, Martini. Jetzt habe ich, Martini Riese, ja. Ich habe erst eine Frage. Ich sehe nur die Person, die spricht und jetzt sehe ich mich, aber ich sehe Rosemarie nur halb. Marie Rose nur halb. Also mein Bild ist vor, ich habe noch immer ein technisches Problem. Gut, ihr seht mich jetzt? Ja. Okay. Dann, ähm, calm down, Martini. Also mir geht es gut. Wir haben eine schöne Ingritzendorf bei Wien. Das Wetter ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt sehr windig. Von der Corona, es inspiriert mich unwahrscheinlich, um hart zu arbeiten. Und wenn ich hart arbeite, dann fühle ich mich sehr wohl. Ich bin auf einer Welle und auf dieser Welle zu sein, ist eine Freude. Und, äh, aber ich habe das heilig schon geschrieben. Wir haben lieb und leid gemeinsam. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber mein Mann hat einen Herzinfarkt gehabt. Aber es ist sehr gut gegangen. Wir wurden getragen von dieser helfenden Welle. Und, äh, es geht ihm sehr gut. Also ich bin sehr, sehr froh. Ich bin auf einer Welle. Und diese Welle zu sehen, ist, äh, etwas miteinander zu zählen. Was Ramona erzählt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Weil ich wohne im Grünen. Also direkt an der Donau. Und wir haben rundherum sehr viel Stille. Jetzt gebe ich weiter an Heidi. Ja, dankeschön. Ja, äh, was Ramona angesprochen hat, das geht ja um die Demonstrationen gegen, äh, die, äh, Corona-Bestimmungen und Erlässe und so weiter. Ähm, da sind wir eigentlich ja beim Thema. Ich denke, Corona war das Hauptereignis, was wahrscheinlich vielerlei Menschen, äh, Leben verändert hat. Also umgekehrt. Das Leben vieler Menschen verändert hat. Und, äh, unsers in gewisser Weise ja wahrscheinlich auch. Und Ramona, äh, soweit, dass sie fleht, äh, morgen von diesem Ereignis, was angekündigt wird. Und ich finde es ja doch spannend, dass du sagst, dass diese Energie so komisch ist. Das ist die ganze Stadt davon eingenommen, ja. Ähm, ähm, und dann interessiert mich, wie du das spürst, was du da spürst. Ich will kurz noch, bevor wir das machen, sagen, ich habe vor kurzem wieder von Daniel Schmachtenberger ein wunderbares, ähm, Gespräch gehört, wo er sagte, all diese Sachen kommen praktisch heraus als Antwort auf das, dass die Menschen so, sag mal, plötzlich eingeschlossen waren und, äh, und, äh, nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Und das jetzt praktisch an der Oberfläche, alles an der Oberfläche bekämpft und gemacht wird. Und, äh, dann kommen dann solche Sachen raus wie in Amerika, diese ganzen Riots, ja, und, und, und so. Das ist alles ein Ausdruck dessen, dass die Menschen im Grunde, also das ist jetzt meine Interpretation dessen, was ich gehört habe, dass sie nicht mit ihren Emotionen selber fertig werden können und dass sie nicht, äh, ähm, auf einer tieferen Ebene, äh, mitkriegen, was mit ihnen passiert. Und da müssen sie das nach außen bringen, in der, in der, in der, in dem Versuch, irgendwas in der Außenwelt zu machen, irgendwelche Verantwortlichen zu finden für meinen miesen Zustand, den ich habe, ja. Und, äh, ich sehe das so. Und, äh, wenn ich jetzt mal an uns denke, die wir im Grünen wohnen, wir hatten ja wirklich einen Vorteil, weil wir, ähm, nicht so belangt waren von diesem totalen Shutdown. Wenn ich mit in der Stadt gewesen wäre, ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, so wie wir uns hier treffen, dass wir nicht dieses verzweifelte nach außen projizieren haben von dessen, von dem, was auf uns zukommt und auf uns zugekommen ist. Das ist jetzt so letztlich die Frage. Und es war ja auch die Frage, was hat sich verändert in uns? Wie seid ihr umgegangen mit den Herausforderungen? Und was hat sich an Gutem oder auch am Schlechten, oder vielleicht gibt es nicht Gut und Schlecht, an anderem ergeben in eurem Leben? Wie hat es sich verändert? Wer mag anfangen? Ich würde gerne darauf eingehen, und zwar, Heidi, du hast einmal vorgeschlagen, dass eine Astrologin einen Vortrag halten würde, auch zum Thema Corona. Und ich habe diese Frau, die ich dir damals vorgeschlagen habe, habe ich öfters jetzt einen Vortrag in YouTube angehört. Und sie hat mehr oder wenig gesagt, dass all diese Ausbrüche in der Astrologie vorauszusehen sind. Also, die hat da, und ich habe das wunderbar gefunden. Ich habe nicht viel davon gewusst, aber sie Ausbrüche in der, vorauszusehen sind. Und ich habe das wunderbar gefunden. Aber sie hat, wenn Leute jetzt mit dieser Ebunden sind, dann können sie das auch so in der Wissenschaft. Und da würde ich gerne ein Buch bekannt geben. Ich habe ein paar Videos von euch gehört. Und da hat die, wie heißt sie jetzt, die Dame, die jetzt nicht dabei sein kann, die auch in Wien wohnt, die Ammonia, ja, die hat auch ein Buch angesagt. Und ich würde es jetzt gerne sagen, versteckte Wirklichkeit von Schäfer-Lothar. Das hat alles mit Quantentheorie zu tun. Und es ist so schön, dass die Wissenschaft und die Spiritualität sich begegnen. Ja, tiefst, tiefst begegnen. Und wir können nicht an der Oberfläche schwimmen bleiben. Ja, wir müssen in die Tiefe gehen. Und das ist wunderbar, dass es rundherum passiert. Dann habe ich noch eine liebe Frau kennengelernt von vielleicht 19 Jahren. Das ist die Christina von Dreyen. Ich weiß nicht, ob einer von euch von ihr gehört hat. Ich finde sie sehr mutig und sehr offen und sehr frisch. Und ich habe auch ihre Mutter kennengelernt. Und ich denke, es ist wunderbar. Wir sind alle durch eine Bildung gegangen, die enorm tief ist und enorm viel. Und lange schon, wir haben viele Jahre auf uns. Und dieses junge Ding hat sehr viel, bringt sie die Spiritualität heute mit. Und das sind viele junge Leute, die das heute so mitbringen, so spontan. Die sind verbunden. Was passiert? Dann kennengelernt von vielleicht 19 Jahren, drei Jahren. Ich weiß nicht, ob einer von euch gehört hat. Ich bin frisch. Und ich denke, es ist, was stattfindet. Danke, Martini. Und jetzt auf die Frage, was ist für dich? Wir können erst mal jemand anders das Wort geben. Was für euch hat sich verändert? Was hat sich verändert? Unabhängig davon, ob es vorausgesagt wurde. Ich hatte ja letztes Jahr auch ein Gespräch mit einem Astrologen, jungen Integral-Astrology-Menschen aus Mexiko. Mexiko, der hatte auch etwas, sowas Ähnliches vorausgesagt. Natürlich nicht genau das, aber er hat gesagt, im Frühjahr wird etwas Weitwirkendes passieren. Das war in den Sternen offenbar geschrieben. Aber was passiert ist? Was hat das mit uns gemacht? Was hat das verändert? Also ich kann halt mal anfangen zu beschreiben. Ich habe ja am Anfang erzählt, wie ich von Angstgejagt war. Und also sehr bedroht. Und ich habe daraufhin mit viel Disziplin einfach ganz viel gemacht, um mein Vagus-System sozusagen zu stärken, mein Nervensystem. Ja, einfach auf der Körperebene, vor allen Dingen über Atemtechniken, Yoga, Pranayama, wirklich sehr diszipliniert, täglich in eine tägliche Praxis, also meine tägliche Praxis zu vergrößern, zeitlich auch auf der Körperebene. Und dann habe ich noch beobachtet, dass ich sowas wie immer wieder neu sozusagen in die Spirale einsteige mit Themen, die ich schon vor 20 Jahren hatte. Und jetzt wieder, also ich habe Sri Aurobindo gezeichnet und die Mutter und habe nebenbei Videos gehört, weil Sri Aurobindo hat mich wieder fasziniert und hat mir gedacht, integraler Yoga, man hört immer nur von, das ist die Grundlage neben Thea Desjardins eben für das ganze integrale Denken. Und habe dann ganz viele Audios einfach gehört, gezeichnet und war sehr beeindruckt. Und ja, und noch ein paar, also die dann, ja, mehrere, Ramana Maharshi, Anandamai, Ma, also so Repräsentanten einfach für einen Zustand, genau, der mir eher sowas wie bliss, also weil ich mich ausrichten wollte auf sowas wie eben etwas, was ich gerne hätte als Lebensgefühl. und da bin ich weiter dabei, genau, als Praxis, genau, ich mache mehr Musik, ich mache, also spiele Gitarre, singe, ja, widme mich meinen Bildern und Zeichnungen. Und zu Christina von Dreien mag ich was sagen, einfach, ich habe alle drei Bücher gelesen, weil ich eine Freundin habe, die auch ganz fasziniert war und es geht los mit der Biografie. Und das hat mich erinnert an, es gibt ein Buch von Ken Wilber, wo er beschreibt, sozusagen, wo ist man auf der, sage ich jetzt lapidar, auf der sicheren Seite, gibt es einen Guru, dann hat es bestimmte Gefahren, gibt es ein System, wie halt den Buddhismus hat es auch gefahren. und ich habe einfach gemerkt, ich mag mich nicht mehr auf, sozusagen, auf Menschen allein ausrichten, wo wenig Hintergrund da ist, auch wenn es ein junger Mensch da ist. Ich war am Anfang auch ganz angetan und dann habe ich gehört, dass die Karten in München, eine einzelne Karte kostet 150 Euro für so einen Vortrag. Es sind wahnsinnig viele Leute und es gibt keinerlei Rechtfertigung oder wo geht das Geld eigentlich hin. Ich habe da nur so innerlich gerechnet und dann war mein Misstrauen so wie gesät. Neben anderen Punkten auch noch. Aber ich habe einfach gedacht, ich möchte mich ausrichten wirklich auf Traditionen. und zum Beispiel, letzter Satz, wo ich dann, ich habe das ja auch erzählt, dass ich Wim Hof Atmung mache, eben in dieser Praxis, und dann sagte mir eine Freundin, so die ist Yoga-Lehrerin und vor allen Dingen Trauma betontes Yoga, und die hat gesagt, ist doch klar, also es gibt eine alte Tradition, die heißt Pranayama, und es sind tausende Jahre Menschheitswissen, also fand ich einfach den Hinweis total gut, dass ich einfach merke, das ist für mich, drückt das eine Verlässlichkeit aus und viel Weisheit und viel gesammeltes Wissen. Ja, danke schön. Da kann ich auch mal weitermachen. Und für mich ist es auch so, ich habe angefangen, auch mit der Wim Hof Methode, die hat mir der Astrologe gesagt, der junge Mann, und das mache ich jetzt schon seit fünf oder sechs oder sieben Monaten, ich weiß nicht mehr wie lang, seit Anfang März, denke ich, fast jeden Tag. Und ich habe auch das Gefühl, dass einiges sich verändert hat dadurch. Ich kann es nicht genau sagen, aber so eine Grundstimmung ist irgendwie anders. Ich weiß nicht. Und jetzt bin ich letztendlich noch über ein Buch gekommen, erst mal ein Vortrag, beziehungsweise ein Gespräch, und daraufhin habe ich mir gleich das Buch gekauft, von James Nestor. Das heißt Breath, James Nestor. Das Buch heißt Breath, der Atem. Und er ist eigentlich ein Journalist, ein Investigationsjournalist, und der hat genau alles zusammengesammelt über Atmung. Und dann hat er selber, er und ein schwedischer Kollege zusammen, den Versuch, einen Versuch gestartet mit der Universität von Stanford, mit einem Professor von da, die Auswirkung von nur Mundatmung. Die haben zwei Wochen ohne Nasenatmung und haben alles gemessen und so, und haben festgestellt, wie schnell das durch die Binsen geht, wenn man nur durch den Mund atmet. Und also wirklich dokumentiert, was das alles mit sich bringt. Manche Sachen, wo man denkt, das ist Psychologie, wie Depressionen oder so was. Und Bluthochdruck und weiß der Teufel was. Schnarchen, schlechte Schlafen und so. Denkt man immer, das hat irgendwelche psychologischen Dinge. Er mag es ja haben, aber dass es auch einfach dadurch kommen kann, dass man ständig durch den Mund atmet. Und dann eben, das war einen Monat lang der Versuch, dann wieder nur durch die Nase und so. Also das ist ganz spannend, dieses Buch. Und was ich aber eben dazu sagen wollte, am Ende listet er ihm auch verschiedene Atemtechniken auf. Und Tumor nennt er das, was die Wim Hof Methode ist. Das ist diese Atemmethode, wo man ganz lange den Atem anhält. Ohne welchen drin zu haben, also nicht atmet. Das ist die Methode, die ihm Wim Hof auch anwendet, um in dem Eiswasser drin zu sitzen und zu schwimmen unter Eis. Und was die tibetanischen Mönche angewendet haben, um das Schnee um sich herum schmelzen zu lassen. Und in dem Buch sagt der Mensch, dass im Moment, da gab es ja einen tibetanischen Mönch, der sich bereit erklärt hat, wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Und bei dem war das so, der konnte in seiner Hand verschiedene Wärmestrahlungen haben. Ein Teil der Hand konnte so und so warm sein, der andere Teil konnte so und so warm sein. Und der konnte auf Befehl sein Herz auf 300 schlagen lassen und dann wieder runter und so. Also der Beweis, dass man das, was man denkt, das Nervensystem, was man nicht beeinflussen kann, kann man eben doch beeinflussen durch entsprechende Technik. Und dieser Autor sagte, dass Wim Hof wahrscheinlich der, der ohne spirituellen Hintergrund, der am meisten fähiger Mensch ist im Moment, der das machen kann, der so sein parasympathetic Nervensystem, wie sagt man, unwillkürliches Nervensystem beherrschen kann. Und ja, also kann ich das Buch nur empfehlen. Es hat mir total Spaß gemacht, das zu lesen. In zwei Tagen habe ich es durchgehabt. Jetzt gebe ich es allen Freundinnen. Meine Freundin, zum Beispiel, hat er Studien gemacht über all die Leute, die das schon entdeckt hatten, auch klinisch und alles Mögliche. und dann kaum war einer tot, war es wieder vergessen. Und in einer Klinik, ein Professor sagte auch, Emphysema, wird immer gesagt, das kannst du nicht heilen. Aber da gab es jemanden, der konnte das heilen. Und zwar dieser jemand war ein Chordirektor, der erst mit Sängern angefangen hat und gemerkt hat, dass die falsch atmen und so. Und dann, von da aus ging es immer weiter, bis er dann zu einer Klinik gerufen worden ist, wo lauter atemkranke Menschen waren und hat über zehn Jahre gearbeitet und hat solche Krankheiten wie Emphysema großteils heilen können. Und eine Freundin von mir hat das eben und die ist jetzt total begeistert, dass sie vielleicht doch was machen kann. Denn wenn du gesagt kriegst, das ist unheilbar, das wird immer nur schlechter, also hast halt Pech gehabt, ist das natürlich keine so wunderbare Aussicht. Und sie hat jetzt auch angefangen mit den Übungen, sagt sie, wenn sie jetzt den kleinen Hügel hochlauft, der ist schon besser, ist er nicht so außer Atem wie vorher. Und zwar der Witz ist der, dass man nicht zu viel einatmet, sondern mehr ausatmet und ohne Atem ist. Und das hat auch seinen Hintergrund, weil wenn man zu viel atmet, denkt man, man hat einen Haufen Oxygen, Sauerstoff im Blut, aber es kann nicht wirklich angelagert werden. Und dazu braucht man eine bestimmte Menge von Kohlendioxid im Blut. Und die tut man sozusagen raus, indem man zu viel atmet. Also wenn man Atem anhält, dann erhöht sich das Level von Kohlendioxid in deinem Blut, damit kann das Blut das Sauerstoff aufnehmen. Und das sind alles Sachen, wo ich gedacht habe, ich habe mein Leben lang mit Atem gearbeitet, als Sängerin und als Gesangslehrer, und ich weiß das alles nicht. Manometer. Ich freue mich jetzt, dass ich es jetzt weiß. Ich vermute mal, das ist wieder mal ein englisches Buch. Ja, ja, das ist englisch. Aber wie gesagt, er hat nichts Neues erfunden, sondern er hat Riesenstudien gemacht, Research, hat die alle interviewt, ist zu all den Leuten gefahren, hat die auch geübt, all die Techniken und das zusammengetragen in dem Buch. Da ist so ein Riesenanhang hintendran mit Quellenangaben und so. Also wenn es einen wirklich interessiert. Und ich meine, Wim Hof Methode, das ist nachweisbar, die haben ja auch Untersuchungen gemacht, dass das Bakterien und wahrscheinlich eben auch Viren mit dem Atem wegatmen kann, auf diese Art und Weise. Jemand wie er. Ja, es wurde er und noch einige seiner Schüler wurden dem, ich glaube, Ebola oder das Ebola irgendwas, Bakterien eingespritzt in einer klinischen Untersuchung, nicht? Und naja, und dann wurde es gemessen und wir waren in kürzester Zeit verschwunden aus seinem System. und das ist faszinierend und keiner spricht drüber, aber ich meine, am Atem kann man nicht viel verdienen, nicht? Verdient keiner was, weder die Pharmaindustrie noch sonst mehr. Das ist, du bist dumm, Ramona. Das können wir ändern. Ja, genau. Deswegen erzähle ich euch das ja auch. Ich möchte es weitertragen, diese Möglichkeiten, dass man selber was machen kann. Man fühlt sich so empowert, wenn man das Gefühl hat, ich kann was tun. Dazu fällt mir ein, ich hatte mal bei mir den Miroslav Großer in meiner Veranstaltungsreihe. Der ist hier in Berlin, Oberton-Sänger und kann sozusagen, ja, erkennen bei geschlossenen Augen, ob man sozusagen spricht, singt, ohne Schuhe, flache Schuhe oder Hackenschuhe und so. Also der hat sich da auch mit, sozusagen dadurch garantiert auch mit Atem beschäftigt. Also wenn du da was, der macht auch seit diesem Jahr das eine Ausbildung. Das heißt, wenn da irgendwie, müsste man mal, ich glaube, da könnte man gucken. Also den halte ich für interessant, Anna, wenn du das da irgendwie nochmal reingehen willst und in Deutsch und mit jemandem persönlich oder so. Ja, gerne. Was? Wie heißt der? Miroslav Großer. Miroslav Großer. Mit V oder mit W? Miroslav. Miroslav mit M. Miroslav, genau, M. Miroslav. Okay. Okay, gut, danke. Guter Tipp. Genau, was wollte ich zu, wo waren wir noch bei welchen Themen und was wollte ich noch? Ja, eigentlich war es damit, was was verändert hat und für mich hat sicher diese Atemgeschichte war auch ganz wichtig und jetzt das letzte Ergebnis, dass ich zu dem Buch gekommen bin und zu einer guten Praxis jeden Tag. Ein paar Sachen haben wir ja schon mal in dieser anderen Frauenrunde sozusagen erzählt. also ich habe festgestellt, also ich habe festgestellt, dass ich Menschen helfe, indem ich mir helfen lasse. Ja, weil manche eine Erlaubnis brauchen, was zu tun, gegen die Regeln zu verstoßen, weil es ist ja in Ordnung, also man darf ja das Haus nicht verlassen im Shutdown, aber man darf ja einen depressiven Freund oder sonst was oder so, darf man ja helfen oder keine Ahnung. Also gewisse Sachen sind dann wieder erlaubt und das fand ich interessant. Was ich da erlebt habe, dann habe ich eine Beziehung, eine Frau, die kenne ich seit 5, 6 Jahren und das ist eine ganz komische Beziehung, also es ist immer so ein Pingpong, es dauert mindestens 5 Mal, bis da irgendwie von Terminen und einem Kontakt wirklich dann eine Kommunikation zustande kommt. Das ist die ganze Zeit so. Jetzt im Shutdown, wir sind beide Singles, wohnen nicht weit auseinander hier in der Stadt, haben wir uns dann einmal in der Woche getroffen und war nett. Kaum hat sich das dann wieder relativiert, wieder Pingpong, nichts funktioniert. Also ganz spannend, das muss ich mir nochmal, oder will ich, das muss überhaupt nicht, aber will ich mir nochmal irgendwie angucken, was da eigentlich läuft, was da eigentlich, ich weiß es noch nicht, also das fand ich spannend, das ist dann sozusagen, ja, dass man in dem Moment dann zusammengehalten hat, aber dann auch wieder, als es nicht mehr so notwendig war, gleich wieder zack war. Das ist mir aufgefallen, ja, dass Berlin, also als es ganz extrem war, war das ja echt eine Geisterstadt hier, Berlin. Also, das war nicht mehr mein Berlin. Jetzt ist es ein bisschen lebendiger, aber wenn man weiß, was sein könnte, ist das immer noch weit, weit weg. Was hat sich verändert? Ja, so an gewissen Sachen komme ich halt nicht vorwärts, darf ich mich in Geduld üben, macht keinen Sinn, sich damit jetzt, also ja, macht einfach gerade keinen Sinn, also ich mache einfach weiter, aber kasteile mich jetzt auch nicht und bin nicht sauer mit mir, weil das ist jetzt halt einfach gerade so. Ja, und die Beziehungen sind komisch, dann habe ich, rein theoretisch hatte ich morgen einen Vortrag angesetzt, den habe ich aber schon abgesagt und dann, ja, diese ganze Kommunikation und wir machen jetzt mit Ellbogen und wir bleiben auf Abstand und nein, das ist ja im geschlossenen Raum, man darf sich nur am Freien treffen, also da hat sich eine ganze Menge geändert, dann wollte ich auch zu Freunden fahren und dann war die halt noch vor ein paar Wochen gesagt, na, wir sind die Ersten, die wieder fliegen, wir warten da drauf, dass der Flughafen wieder aufmacht und dann dachte ich, naja, okay, wenn die reisen und dann, wenn ich dann in der Nähe bin, meinen Kongress, habe ich halt meistens verlängert und bin dann vorher, nachher irgendwie hin und dann haben wir noch Zeit verbracht und in die Sauna gegangen und alles, nein, also jetzt muss man ja auf Abstand sein, also das hat sich schon stark geändert, muss ich sagen, dass ich da, ja, also ich weiß nicht, also es sortieren sich gerade da die Kontakte dadurch irgendwie extrem, kann ich das so formulieren? Finde ich irgendwie traurig auf der einen Seite und auf der anderen Seite sage ich mir, okay, dann soll es so sein, also das weiß ich noch nicht, also da bin ich etwas irritiert an manchen, bei manchen ist mir das irgendwie logisch und dann haben wir uns auch so unterhalten, die eine raucht halt auch und dann hatten wir uns auch so unterhalten, weil so nach dem Motto Corona sind keine 10.000 Toten in Deutschland und das wird ein Buhai gemacht, aber die 120.000 Raucher, die jedes Jahr sterben, schreit kein Hahn nach, außer, was steht da drauf? Rauchen kann tödlich sein oder so, aber ansonsten passiert doch nichts weiter, oder? Ich meine, also ich habe da noch keinen Drama gehört, dass da jetzt jedes Jahr 120.000 sterben, weil sie geraucht haben und dann war sofort das Gespräch zu Ende, also so, dann dachte ich so, fiel mir ein, ach ja, stimmt, sie raucht, ja, diesen Vergleich, also da wollte sie jetzt nicht, da fühlte sie sich ertappt, sondern sie ist ja Risikogruppe, sie ist ja Risikogruppe, ja, also, ja, da sind so Paradoxien, die ich, weiß nicht, glaube, die kann ich einfach nicht verstehen mit meiner Einstellung und meiner Logik, ja, und ansonsten haben sich dafür wieder ganz neue Sachen auch aufgetan, die wirklich schön sind, neue Beziehungen, wie zum Beispiel euch, ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch erst, mittlerweile auch schon vier Monate dabei oder so, aber relativ neu, so im Verhältnis zu meinem Alter und dem, was ich sonst mit manchen Sachen schon mache, ja, ja, also, es gibt nichts, es gibt nicht nur gute Sachen, es gibt nicht nur schlechte Sachen, es gibt von allem etwas, die Frage ist, wie, was mache ich da draus und wie sehe ich das, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, jetzt gehen wir aber erst mal weiter, das ist genau die interessante Frage, was machen wir daraus aus den Veränderungen, die wir sehen und wie sehen wir das und wie finden wir das? Aber gehen wir erst mal zu Marie Roth. Also, ja, das mit dem Juckreiz bei mir ist wirklich jetzt extrem geworden, deswegen werde ich jetzt nur die Kamera einschalten, wenn ich rede, weil ich muss mich wirklich bewegen können, sonst drehe ich hier durch, sonst muss ich rausgehen. Ja, was hat sich für mich geändert in diesem Jahr? Es war schon ein erstaunliches Jahr für mich, weil es auch angefangen hat im Feber mit dieser Daumoperation und dann, ja, dem langen Genesungsprozess in den Corona-Lockdown hinein, wo ich halt ganz viel geruht habe und dann die Zeit, wo ich tatsächlich fast keinen Kontakt hatte mit niemandem, aber ganz viel, respektive keinen direkten physischen Kontakt, aber ganz viel eben über WhatsApp oder Konferenzen und dann, dann kamen die ganzen Konferenzen, ja, dann kamen wirklich ganz viele Online-Konferenzen, was ich total spannend fand, was mir total gut getan hat. also, ja, Konferenzen, zu denen ich nach meiner OP nicht hätte hinfahren können, wenn die physisch stattgefunden hätten, an denen ich aber so teilnehmen konnte. Das war, das war schon ganz schön, das, ja, das war für mich ganz schön. Durch die Zeit allein hat sich auch noch mal, habe ich innerlich auch noch mal, ja, mich mehr eben auf mich zurückbezogen und konnte ein bisschen, ein bisschen auch an meiner inneren Freiheit, konnte ich ein bisschen weiter, weitergehen damit, meine innere Freiheit. und jetzt haben sich die Kontakte weitgehend wieder normalisiert, so bei mir. Es ist in meinem direkten Freundeskreis weniger Anfang, weniger Angst und weniger Fragen, als zu Anfang, wo man wirklich guckt hat, ja, was ist das nun wirklich, wie gefährlich ist es nun wirklich, hat sich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, hat es, hat das, hat die Angst sich definitive ja, gelöst und ist nicht mehr, ist nicht mehr so präsent, das Leben fühlt sich wieder normaler an. Für mich als Luxemburgerin war es sehr erschreckend und, ja, auf einmal, dass Deutschland die Grenzen zugemacht hat, erst einmal, ne, Frankreich hatte, also in dem Lockdown war Luxemburg wirklich ausgesperrt, ausgesperrt und eingesperrt. Das hat sich auch wirklich vom Politischen, vom Gesellschaftlichen, von dem Gesamten, hat es sich nicht gut, definitiv nicht gut angefühlt, ne, und dann, äh, in Luxemburg, dadurch, dass wir so extrem viel getestet haben, wir haben mehr Tests, als, äh, als Einwohner haben wir, wir haben 600.000 Einwohner, es sind, äh, 750.000 oder so Tests mittlerweile schon gemacht worden, dadurch ist bei uns diese sogenannte zweite Welle dann erst früher, äh, bemerkbar geworden auch, ne, und wir wurden wieder ausgesperrt von Deutschland, Deutschland hat uns sofort ausgesperrt, ohne auch nur irgendwie Kontexte zu be, zu beachten und so, äh, wenn, wenn Deutschland auch mal über 80 Millionen Tests gemacht hat, sieht es vielleicht auch anders aus bei Ihnen, ne, also das war, das hat sich nicht gut angefühlt, das war definitive, da habe ich nur gedacht, die Deutschen drehen durch, habe ich zwischendurch gedacht, ne, und, ähm, ja, unser Außenminister, ähm, hat ja auch schon kritisiert, wie das RKI da, äh, wie das, äh, mit den, mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen, äh, mit den, äh, mit diesen, äh, mit den, äh, und, äh, das umgeht. Ja, das hat sich für mich noch verändert. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht genau sagen, inwieweit es sowieso mit, mit Veränderungsprozessen in meinem Leben, äh, äh, zu tun hat, was anders auch vielleicht sich verändert hatte und was ich jetzt, äh, zusätzlich wegen diesen besonderen Umständen im Moment in der Gesellschaft und auf der Erde verändert hat, kann es nicht genau sagen. Vom Astrologischen her ist ganz klar, da diese Konjunktion mit, äh, Pluto und, und Saturn im, im Steinbock, da geht es wirklich um, um Pflicht und um, äh, um Abgrenzung, um Verantwortung, um, 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 um Zumachen und das wird noch andauern bis Dezember. Und gleichzeitig ist aber Jupiter der Planete Expansion, äh, der auch in Konjunktion ist, also der auch da mitspielt und, äh, von daher gibt es so diese unterschiedlichen Reaktionen. Die einen, die so ausweichen, nein sagen und überhaupt nichts und wir brauchen gar nichts und die anderen, die, die so ängstlich werden und, äh, alles zumachen wollen. Ja. Und, äh, solange der in Steinbock ist, eben das, das Zeichen schon auch, wo, wo, wo es um gesellschaftliche Gesetze geht auch und um Einschränkungen und um Verantwortung, solange wird das noch so hin und her gehen, ne, und, äh, danach geht, geht diese Konjunktion dann in das Wassermannzeichen und da wird, da wird noch mehr der Wandel gepusht werden, da wird, da wird noch mehr unerwartet, wird, äh, wird es da noch zu unerwarteten neuen, äh, neuen Ausrichtungen wird es noch kommen, ja. Scherzig. Das ist interessant, danke, Marius. Ich kenne mich leider nicht so gut in Astrologie aus, aber das zu hören, es ist, damals schon, als ich das Interview gehabt habe mit dem jungen Mann, das fand ich auch schon spannend, also, ich höre gern was, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, mich selber damit zu beschäftigen. Jetzt, Martini, magst du noch ein bisschen was über dich erzählen? Hörst du mich? Dein Bild ist eingefroren, aber du musst dich entstummen. Martini, Martini, bist du da? Du musst auf das, ähm, Mikrofon-Symbol drücken, damit du wieder, mal sehen, ob ich es machen kann. Ja, Moment, guck mal. Ask to unmute, ich kann dich nur fragen, dass du dich bitte entstummen sollst, aber ich kann es nicht machen von hier aus. Okay, du kommst halt dann rein, wenn es geht und wir reden einfach ein bisschen weiter. Ah, hier, jetzt bist du da, jetzt kannst du sprechen. Oh, jetzt bist du wieder stummt, du warst gerade entstummt. Ja, jetzt, jetzt sag mal was. Sag mal was. Irgendwie. vielleicht musst du doch wieder raus. Irgendwas stimmt mit deinem Computer nicht. So schade. Der Brunnen lässt das Wasser in den falschen Body, sozusagen. Vielleicht sag ich was zum Thema, was hat sich verändert? Also gerade bezogen auf die Gruppe, in der ich ja bin, habe ich ja schon öfter erzählt, diese Tanzgruppe, wo ich so am Anfang relativ früh schon einen Zoom organisiert habe, damit die Gruppe zusammenbleibt. Und dann haben wir das ja Zeit lang auch gemacht und irgendwann angefangen, in kleinen Gruppen sozusagen zusammenzukommen. Und jetzt haben wir am 3. Oktober eine Aufführung. Keine Ahnung, ob es stattfindet, ob wir mit Masken auftreten auf der Bühne, ob wir uns sozusagen vorher testen lassen, damit wir und dann in Quarantäne gehen für die zwei Tage. Keine Ahnung. Also das ist jetzt in fünf Wochen. Spannend ist es, weil da sind ja einige Frauen in dem Brunnen hier. Ich habe ja hier auch eine Brunnenrunde eben initiiert und die hat sich verjüngt, weil wir sind ja eine Seniorengruppe und da gehöre ich zu den Jüngeren. Die Älteste ist 82. Und was ich total bereichernd empfinde eben, da jemanden vor mir zu haben, viele vor mir zu haben, die ganz anders leben als das übliche Leben, was man im Kopf hat, wie man es ist mit 75 oder mit 80. Also das merke ich einfach ist total wichtig. Ja. Ich merke aber nur jetzt zum Beispiel, dass diese Frauengruppe, die ja jetzt doch in den Wohnzimmern stattfindet, dass da viele von denen sagen, nein, nicht mehr als sieben Leute. Also das sind ein paar, wie ich da bei mir, ist das egal. Also zu mir können es kommen oder ich gehe auch dahin, wenn wir zu zehnt wären in einem Raum und trotzdem achtsam umgehen. Aber ich merke in dieser Gruppe von diesen älteren Frauen, die sagen, nein, das ist mir zu risikoreich, sie haben Enkelkinder, sie wollen einfach diesen Kontakt nicht gefährden und so weiter. Also das fand ich jetzt schon, also im Gegensatz zu dem, was die Marie Rose erzählt hat, ist es nicht Normalität, was ich hier in Bayern erlebe. Ja. Jetzt höre ich dich nicht, Heidi. Ich war ja stumm. Ich wollte dem Martini sagen, dass wir sie kurz gehört haben. Kannst du jetzt nochmal versuchen zu sprechen? Jetzt ist er wieder stumm. Irgendwie. Dann mache ich noch die Anmerkung, das war ja letztes Mal das Thema, wo die Monja mit dabei war und ich euch doch erzählt habe von diesem Buch, von diesem Chris Bache mit seinen LSD-Erfahrungen und ich habe auch das Reinkarnationsbuch von ihm inzwischen gelesen. Ich konnte es aber nicht zu Ende lesen und dann hat mir die Monja, ich weiß nicht, ob die das auch an euch geschrieben hat, sie hat es sich gekauft und hat es gelesen und hat als Hauptbemerkung geschrieben, das ist ja doch ein sehr männlich geprägter Blick auf das Leben und auf die Welt. Ich wäre nie selber auf die Idee gekommen, unter diesem Blickwinkel diese Erfahrungen anzuschauen. Das fand ich total interessant. Es gibt natürlich vorwiegend aus männlicher Sicht solche Berichte und ja, ich finde es schade, dass sie jetzt heute nicht dabei ist, aber vielleicht ergibt sich nochmal anders die Gelegenheit. Ich konnte jedenfalls das Buch nicht zu Ende lesen, weil eben wirklich... Ich versuche es. Gut. Gut, Martini, jetzt haben wir dich gerade wieder gehört. Hörst du uns? Ich glaube, sie hört uns nämlich nicht. Ja. Irgendwie ist da... Wie sagt man da? Da ist was faul. Da wurmt drin, sagt man. Ja, genau. Ja, ich möchte auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Was ich auch spannend fand, ist diese Veränderung in meiner... Am Anfang sehr übervorsichtige und alles, ne? Und die Angst beobachten und gucken, wie das ist und so. Und Marie-Rose, ich fand es toll, dass du gesagt hast, du bist in deiner inneren Freiheit weitergekommen. Und es hat mir irgendwie klar gemacht, dass mir das auch so geht. Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich vieles wirklich nicht brauche, was ich denke, ich bräuchte es. Ja. Und manchmal sind solche Situationen nämlich wirklich gut, dir darüber klar zu werden, wenn du es nicht haben kannst. Und dann ist es natürlich dann an dir, wie du darauf reagierst. Irgendwie mit Ärger oder so. Ich bin doch eigentlich entitled, wie man so hübsch auf Englisch sagt. Ich habe doch ein Recht drauf, dass ich das und das und das und das und das machen kann und so. Das habe ich bei mir beobachtet. Als ich zu meinem Supermarkt nach zwölf Kilometer weiterfahren wollte, statt hier in den Ort zu diesem winstigen Geschäft, wo alles dreimal so viel kostet. Aber ich durfte nicht. Da habe ich auch gedacht, verdammt nochmal. Kann man doch mir nicht befehlen, dass ich jetzt so viel mehr Geld ausgeben muss. für so und ich möchte doch, ich kann doch wohl. Und dann habe ich gedacht, na ja, guck mal an. So, aha. Und jedenfalls insgesamt stelle ich fest, dass ich eigentlich, wie gesagt, vieles von dem nicht brauche, von dem nicht brauche, was vorher war. Jetzt ist einige, ich habe sowieso recht wenig Kontakte, also face to face, aber wir machen jetzt wieder Pilates zusammen in einem Raum und eine Teilnehmerin, die ist sogar eine Ärztin für Covid-Leute, aber so viel haben wir ja nicht. Also wir nehmen schon Abstand voneinander, aber wir sind trotzdem zusammen. Also was man früher in Italien macht, was man sich umarmt und Küsschen gibt, das machen wir nicht, aber trotzdem zusammen, ohne irgendwie groß Angst zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich brauche nicht unbedingt ins Kino zu gehen oder sowas. Ich habe ja zu Hause mein Dings und und. Es ist, ich habe die Freiheit, das zu tun, was ich will, trotzdem, aber halt auf andere Art und Weise, möglicherweise als vorher. Martini, du bist jetzt gerade wieder reingeplatzt. Ich weiß nicht, ob du uns hörst. Und sonst musst du es halt einfach leider aufgeben. Ich glaube, sie hört uns noch nicht mal. Zu dumm. Der Brunnen fließt etwas verquer heute. Marius, ich dachte gerade, du müsstest dich von dem Brunnen besprodeln lassen, damit all diese, diese Birkensamen von dir abfallen und abgewaschen werden. Ja, ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit mit einer, mit einer Salbe eingerieben, überall, wo es juckt. Hoffe, dass das ein bisschen hilft. Ja, gut. Ja, mich interessiert jetzt wirklich auch die Frage, ja, und was machen wir daraus? Und wie gehen wir weiter damit? Weil es werden ja noch Probleme kommen, trotzdem ja. Manche, ich bin halt im Moment gar nicht betroffen von irgendwelchen Problemen, die da durch den ganzen Lockdown ausgelöst worden sind. und aber ich fühle halt mit den Menschen, mit den vielen Menschen, deren Situation destabilisiert worden ist jetzt, dass ich denke, es gibt jetzt ganz viele Menschen, die wahrscheinlich auch Unterstützung brauchen, sowohl psychisch wie physisch, wie materiell. Und wie kriegen wir das hin in der Gesellschaft als Ganzes? Weil das können wir nur kollektiv lösen. Das geht nicht anders, schätze ich mal. Ja. Diese neuen, ungewohnten, privaten Situationen und welche Veränderungen noch zu erwarten sind. Ja. Und eben wieder, dass es wieder Chancen und auch Gefahren gibt. Große Gefahren, die sind wahrscheinlich genau gleich groß, ganz große Chancen und ganz große Gefahren. Und das ist eine Gratisung, ne, ob wir als Gesellschaft wirklich die Umbrüche schaffen, die jetzt definitiv dann anstehen. Ja. Wenn ich daran denke, jetzt die Schulen bei uns in Luxemburg, wir gehen in die Schulen jetzt erst am 15. September, aber wir sehen ja schon auch jetzt, was in den Ländern, in Rheinland, im Saarlang zum Beispiel, wo die Schule jetzt schon an ist oder in Rheinland-Pfalz, wo die Schulen schon an sind, wie manches schwierig ist. Ja. Und wie wir es schaffen werden, aus der Angst heraus zu kommen, damit wir wirklich in Kontakt mit dem Potenzial sind, mit dem Potenzial kommen, was da drin ist. Da versuche ich persönlich einfach auch in der Achtsamkeit zu bleiben und wirklich immer wieder hineinzuspüren. und auch wenn ich mit Menschen zusammen bin, immer wieder also verstärkt konzentriert zu bleiben und ja, um das kleine bisschen, was ich vielleicht in meinem Umfeld bewirken kann, um das kleine bisschen und wenigstens das dann auch hinzukriegen. Ja. Ja. Ich denke, das Thema Angst, was du ansprichst, ist ganz wichtig, denn wenn man in Angst ist, kann man keine guten Entscheidungen treffen und das gilt für normale Menschen als wie auch für Politiker und ähnliche. Und insofern diese ganze Panik, vorher war es Climate Change, war das Riesenpanik, es ist ja jetzt ein bisschen vergessen, jetzt ist halt das die Panik, aber und das wird dann immer noch geschürt von verschiedenen Seiten, eigentlich von allen Seiten. Und ich denke, das ist eigentlich das Ungesunde, dass die Kommunikation und die öffentlichen Medien, von welcher Seite auch immer, ob das nur Alternative oder Normale sind, alle arbeiten mit der Angst. Die Angst vor einem, entweder vor dem totalitären Staat oder die Angst vor diesem Virus oder vor, dass die Erde gleich abbrennt oder irgend so was. Das ist alles am Verhindern, dass man vernünftig Maßnahmen ergreifen kann. Sondern die werden dann alle so kurzfristig, hoppla hopp, irgendwie was gemacht und dabei Chancen verpasst. Ich habe es leider jetzt nicht da, ich habe ein Buch von Björn Lomburg. Es geht darum, genau darum, dass man in Panik die falschen Entscheidungen trifft oder unklug ist, sagen wir mal, sehr unkluge, die einem teuer zu stehen kommen und aus dem auf dem passionierten Empfinden heraus, jetzt was machen zu wollen, ja, und dass man dann vielleicht gerade das Falsche macht, wenn man es in solchen Situationen macht. Und das passt zu dem, was Marie Rose sagt, dass wir, was können wir als Einzelmenschen tun? Ich würde zum Beispiel gerne psychologische Unterstützung, also mit Menschen reden, die in Angst sind, ja. Ich habe das hier in Italien angeboten, aber es hat kein Mensch darauf geantwortet. Also in unserer Gemeinde hier. Die sind auch mit Technik nicht so bewandert. Was meint ihr, was wir machen können? Ich will erst noch mal Martini fragen, ob sie jetzt fähig ist, zu sprechen? Nein. Ansonsten mag ich vielleicht auf das Integrale noch zurückkommen. Dem Integralen Weltbild hat schon nachgesagt, dass da immer weniger Angst, dass man da immer weniger Angst bestimmt handelt und dass, ja, dass die Angst, Ängste und Zwänge wegfallen, weil man einen Überblick hat von allem und von daher viel mehr Verständnis. Und dieses Verständnis führt dazu, dass man weniger Angst, weniger Angst hat. und ich denke, was auch noch eine Möglichkeit ist, also was eine Möglichkeit des Integralen Weltbildes eben bietet, das ist auch zu gucken, welche Ängste andere Menschen haben auf anderen Stufen, weil das sind schon auch, jede Stufe hat so charakteristische Ängste und unterschiedliche Ängste brauchen auch unterschiedlichen Umgang damit. Und wenn man Menschen unterstützen will, dann ist es schon auch wichtig, da sich ein bisschen, ja, da ein bisschen was davon zu verstehen. Und eine Angst, die glaube ich schon, die jetzt zum Beispiel sehr stark ist, die ich sowohl bei Politikern wie auch bei Wissenschaftlern sehe, dass die Gruppenbestätigung brauchen. Und das ist ungünstig. Wenn man aus Angst nicht mehr von der Gesellschaft akzeptiert zu werden als Politiker, wenn man aus dieser Angst heraus dann versucht, ja, möglichst viel zu machen und möglichst, ja, möglichst viel zu machen, um nachher keine Vorwürfe gemacht zu bekommen. ja, das geht halt dann schon schnell mal schief aus, ne. Ja, ich beneide keine Politiker im Moment, ne, weil wir sind so total im Blick der Gesellschaft und die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht, aber es ist, die Bewertungen, die haben ja unglaublich zugenommen auch wieder. Ja, der Druck, ne, der Aus, das ist ja auch ein Angstergebnis, dass die Menschen dann von anderen erwarten, dass sie richtig handeln und ihnen das Richtige bieten, ne, wie die Politik, dass sie genau das Richtige jetzt entscheiden muss. Das heißt, man verlagert die Eigenverantwortung wieder auf andere Menschen, ne? Ja, ja. Und offen zu sein, wir brauchen ja Offenheit für neue, kreative und vielleicht auch überraschende Problemlösungen, jedenfalls neue Problemlösungen, ganz offensichtlich und dafür, dafür muss man schon entspannt sein. Entspannt und ich glaube auch wirklich spirituellen Zugang haben, ne? Wirklich so wie bei Otto Schama, der sagt, in dieses Presencing hineingehen, Open Mind, Open Heart, Open Will, und dann wirklich ganz loslassen, damit aus der tiefen Inneren, aus dem tiefen individuellen Inneren, aber auch in das, was ja dann ins Kollektive hineingeht, aus dem Tiefen des Gesamtmenschheits Zustandes Geistes Bewusstsein, aus dem Gesamtmenschheitsbewusstsein heraus neue Lösungen kommen können. die wir brauchen, weil ja in allen Lebensbereichen hat es, haben die Probleme sich ja ein bisschen zugespitzt und Corona hat jetzt es fast zum Überlaufen gebracht, aber ja, es ist ja nicht, dass vorher alles richtig gut gesund war. Ja, die Probleme, die kennt man ja. und dazu braucht man eben Ruhe und Zeit, so wie du immer von der Stille sprichst, nicht? Ja. Das bräuchten wir praktisch kollektiv, statt rauszurennen, die Fenster einzuschlagen oder Fahnen zu schwingen, wäre die Stille notwendig, in der man Lösungen findet. Stille, ja, aber die Stille führt dann eben zu Handlungen und ich denke, eine Situation wie die in Berlin, die braucht es jetzt wirklich als Gegengewicht zu all den einschränkenden Maßnahmen, damit wir irgendwann eben mehr ins Gleichgewicht kommen und wirklich sehen, ja, was ist notwendig und was ist nicht notwendig, was ist einfach nur aus Angst gemacht, welche Maßnahmen sind nur aus Angst heraus gemacht. Ja, ich denke, es ist alles, was im Moment passiert, passiert aus Angst, nur vor verschiedenen Dingen und eine große, das ist jetzt meine Meinung, die Hauptangst sehe ich, dass die Leute Angst haben vor dem Sterben, dass man einfach sterben muss irgendwann mal und dass das versucht wird irgendwie wegzuschieben und auf die eine oder andere Art und insofern, ja, individueller, spiritueller Weg wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, plus dieser Blick, also ich beneide die Politik wirklich nicht, was ich so sehe, ist eine Chance letztendlich, weil es gibt von einer Freude, die hat gesagt, die Wahrheit liegt nicht auf dem Tisch, also einfach, weil es eine neue Situation ist, dass man wirklich auch so viele Perspektiven aushalten muss und nicht wirklich weiß, was ist es eigentlich und was ist das richtige Handeln. Oh Gott, und das finde ich eigentlich am schwierigsten und gleichzeitig eine Chance eben, dass man Wahrheit nicht pachten kann, sondern dass es diese Verschiedenartigkeit der Perspektiven braucht und mir fällt halt ein, ich habe jetzt gemerkt, mehr Demokratie, glaube ich, heißt diese Vereinigung, die plädieren dafür, dass eben so ein Bürgerrat eingerichtet wird, also zur Beratung, was ich also wirklich total begrüßenswert fände, das habe ich schon öfter bei größeren Bauvorhaben, da gibt es auch einen bestimmten Fachausdruck dafür, dass die Leute wirklich der Politik sozusagen aus Bürger, als Bürger wirklich Rat geben können, aber auch Fachleute an ihre Seite gestellt bekommen, bis sie zu einer Empfehlung zum Beispiel kommen, den Fachausdruck weiß ich jetzt nicht, aber sowas fände ich einfach zur Wahrheitsfindung sehr begrüßenswert und gleichzeitig, ich denke eben, die Politiker lassen sich ja auch beraten, jetzt schon, aber ich weiß da einfach zu wenig, ich bekenne, ich weiß politisch einfach, bin ich nicht wirklich gut informiert. Ja, Ramona, ich würde mich jetzt mal interessieren für dein Take auf das, ich habe es vorhin angesprochen, so und so viele Leute sterben von Lungenkrebs, so und so viele Leute sterben auf der Straße und das war sicher, Corona-Shutdown hat sicher viele Autounfälle und viele Verkehrstote verhindert. Wie kann man das irgendwie auf dem, es ist ja nicht unbedingt ein Argument dafür, jetzt Corona einfach so laufen zu lassen, aber wie kriegt man das in Perspektive zueinander? Denn ich bin auch der Meinung, also gerade Corona und die Leute rauchen, da hast du deine Lungen ja geschwächt, mein Mann ist ja an Lungenkrebs gestorben, man hat zwar vor 20 Jahren aufgehört, aber vorher ordentlich geraucht und ist doch klar, dass man sich dann die Lungen schwächt. wie weit ist da eben so diese Eigenverantwortung da oder eben nicht da, sagen wir es mal so. Wie siehst du das? Wie kann man das irgendwie balancieren? Und es nicht als Argument gebrauchen, also dafür, dass man jetzt, dass es mit Corona nicht taucht. Also alles hat ja seine Folgen und sein Für und sein Wider. oder wie könnte man verantwortlich aus eigenem oder sagen wir es mal so, wenn du als an Lungenkrebs stirbst, ist es halt deine Verantwortung, du hast halt geraucht. Aber wenn du an Corona stirbst, ist es nicht unbedingt deine Verantwortung, wenn es dir jemand geschickt hat sozusagen, der dich angehustet hat. Ist das ein Unterschied? Weiß ich nicht. Also es gibt ja sowas wie Prävention und also es ist in meiner Verantwortung dafür zu achten, dass ich mich gesund ernähre, bewege und gut schlafe. Und ich sage mal, alles, was ich tun kann, dazu gehört eben nicht nur die Maske, sondern eben diese, hauptsächlich diese drei großen Kategorien und dann das Schlafen. Also wenn ich hier, da wo ich ausstelle, bin ich ja auch immer wieder und dann erzählt die mir, sie schläft also selten mal über vier Stunden, ja. Und raucht und macht und natürlich hat die dann Angst. Ja klar, kann ich verstehen, hat zwei Kinder, muss dann mehr machen und so, aber da mehr Aufmerksamkeit. Oder ich bin ja im Projektmanagement unterwegs und dann haben die sozusagen die Präsenzveranstaltung in Leipzig abgesagt und das eins zu eins den Zeitplan in Zoom gelegt oder die nehmen dann, ich weiß die, dann nehmen GoToMeeting, ist ja wurscht, jedenfalls sowas ähnliches. Und dann habe ich gedacht, ja geht eigentlich nicht, weil Präsenz wäre so gewesen, der Caterer hätte da irgendwo im Nachbarraum, während wir da noch getagt hätten, alles vorbereitet, die Tür geht auf und ich kann meinen Mund aufmachen und schwupps fängt die Verdauung an, sage ich mal ein bisschen salopp, ja. Aber wenn ich zu Hause bin im Zoom, muss ich ja erst mal das Messer wetzen und erst mal anfangen, was zu machen. Das heißt, ich komme in 45 Minuten gar nicht rum. Also natürlich bin ich genug Projektmanagerin und lange genug auf dieser Welt, dass ich weiß, wie man das vorher vorbereitet und so weiter. Aber eigentlich funktioniert es nicht. Und dann zu sagen, es braucht diese Ruhe für gewisse Sachen, da waren wir eben ja auch. Also das mehr in den Fokus zu stellen und das mehr sich bewusst zu machen, dass da auch die Verantwortung ist, dann in die Ruhe zu gehen, was Schönes zu machen und dass ich sehr wohl dafür verantwortlich bin, dass ich Corona kriege. Ja, also weil ich sage mal, ich hier mitten in der Stadt, wie viele U-Bahnen, also was, jetzt machen sie ja nun sauber und so, aber vorher die ganzen Jahre, ich hätte ja so nach der jetzigen Diskussion im Prinzip im permanenten Influenza-Modus sein müssen, weil so überall Bus und Bahn, überall fasse ich an und mache und tue, habe ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich versuche, mein Immunsystem auch noch zu stärken und dann zu sagen, okay, ist ja zu spät, ich gehe jetzt ins Bett, ich mache jetzt nicht die Party, ich trinke jetzt nicht den Alkohol. Ja, also weniger Alkohol, weniger diese ganzen Stoffe und natürlich und, also ich finde, da ist schon sehr viel Eigenverantwortung, weil wir gehen doch zum Arzt und sagen, wasch mich und mach mich nicht nass, ja, mach mich heile. Dass ich sozusagen da eine Verantwortung hätte und mittun könnte und so, darum geht es doch gar nicht in unserem System. Wir gehen zum Arzt und sagen, mach. Das ist genau die Frage, die ich habe, ist das in Deutschland irgendwie ein bisschen propagiert, dass man was machen könnte? Ich weiß, mein Bruder macht das, der ist in Vorsorgemedizin, so ein paar einzelne Leute machen das, aber ist das, wird es im öffentlichen Diskurs gesagt, dass man ja, was weiß ich, Nahrungsergänzungen machen kann, dass man Atemübungen machen kann, dass man gesund leben kann und eben sich vernünftig ernähren und vernünftig schlafen. Sagt das jemand oder reden Sie nur von Impfungen? Na ja, wir hatten letztens die Diskussion, dass das eher in alternativen Zeitschriften oder in der Süddeutschen auch schon Artikel, also die Gebildeten, die sind schon drüber gestolpert, sage ich mal, die sich mit gewissen Sachen beschäftigen, aber ich sage mal, die gausche Normalverteilung, ja, die 80% Berg, die müssen Glück haben, dass sie drüber stolpern und penetriert, dass sie das sozusagen für wichtig erachten, also da muss man dann schon hinhören und dann sagen, ach, da ist was, das mache ich jetzt. Also so penetriert wie die Zahlen oder so überhaupt nicht. Also man kann nicht sagen, dass es nicht da ist, das würde ich jetzt, also das, nein, aber es steht in keinem Verhältnis, wo hier, wie hier manche Corona-Sachen gepusht werden, zu dem, ja, also überhaupt nicht. Das wurde, steht da, wenn man, also man kann sagen, natürlich ist das veröffentlicht, dafür ist es da und wie gesagt, das Bildungsbürger, also ja, und da musst du mal gucken, wo. Ja, das Bildungsbürgertum findet das natürlich und die lesen ja auch und machen ja anders, aber ich glaube, das sehr gemeine hat es da schon etwas schwieriger aus mehreren Perspektiven. Also ich habe auch gesagt, die müssen halt arbeiten gehen, die machen, die sind einfach aus der Angst und aus der Not und die müssen das Geld für die Miete, die gehen dann, ich bin ja schon vor Jahren, hat mein Chef dann gesagt, bleib zu Hause und dann, ja, habe ich die Assistentin gesagt, so, das und das und schicke mir die PowerPoint, habe gepennt und habe dann aus dem Bett meine Projektleitersitzung gemacht und bin wieder schlafen gegangen und habe aber die wichtigsten Sachen irgendwie gemacht, wenn ich wie konnte. Das ging halt auch schon vor Jahren und die ganzen Leute, aber die, die jetzt an der Kasse stehen, ich war gerade mit meinem Marktleiter von Alnatura hier im Restaurant und habe mich für was bedankt und ja, der sagt, der muss halt da sein, wenn kein Personal da ist, dann bleibt der selber da, ich glaube, der ist Single und die können nicht ausweichen und das sind dann auch die, die das dann nachher letztendlich übertragen, weil sie die Bildung nicht haben, weil sie das Geld nicht haben, weil sie, ja, dann nützt es nichts, dass ich hochintelligent bin und alles weiß, weil ich spiele ja im ganzen System und wenn die nicht versorgt werden mit Informationen, mit Möglichkeiten, sich zu schützen, indem sie genug Gelder haben, dass sie halt alles bezahlen können und trotzdem noch Zeit haben, in Ruhe zu schlafen und nicht drei Jobs machen müssen, das ist denen ja, glaube ich, die haben ja gar keine Möglichkeiten, also wenn sie weder die Gehirnmasse dazu haben, noch das Geld, also wie soll da, also wenn die ganzen Faktoren nicht stimmen, damit das funktioniert, also man sagt ja, das Gehirn ist ein Muskel, also eigentlich muss es ja funktionieren, aber offensichtlich vom Gesamtsystem auf einer höheren Ebene will man das ja offensichtlich verhindern, dass alle das Wissen haben, sonst könnte man ja andere Rahmenbedingungen schaffen, oder? Ja, aber da wird ja doch einiges zusammenbrechen, dann gäbe es dann den Kollaps, wenn plötzlich nicht mehr so viel verwendet wird an Medizin oder sonst was, also es hat wahrscheinlich schon, ein System will ja stabil bleiben, also versucht es zu verhindern, destabilisierende Momente und im Allgemeinen sind dann immer die, die haben die Arschkarte gezogen, die halt, ja, ums Überleben kämpfen müssen. Weiß ich nicht, ist das stabil oder gehe ich recht in der Annahme, dass es, ich sag mal, diese Vermögensumverteilung sich eher verschärft hat und tut das jetzt wirklich weh, ob die eine Milliarde weniger haben oder mehr, also weiß ich nicht, also aus welcher Stabilität sprichst du, Heidi? Ich sprich, ich hab nicht gesagt, dass es stabil ist, aber Systeme tendieren, bis sie wirklich kollabieren, tendieren sie dazu, das Aufsicht zu erhalten, was eben da ist, ne, und wir sind, glaube ich, in dieser Phase des verzweifelten Versuches, das zu behalten, was bisher da war und das irgendwie am Leben zu halten. Du hast so genickt, Marie-Rose? Ja, ich denke auch, es scheint so, als ob das Chaos wirklich noch ein bisschen größer werden müsste, bevor sich wirklich etwas wendet. Den Eindruck habe ich auch. Und ich finde es auch schade, dass eben Immunsystemstärkung, dass das nicht weiter öffentlich gefördert wird, dass da nicht weiter wirklich, wirklich ganz viel dazu gesagt wird und es wirklich auch gepusht wird und, ja, und vielleicht dafür Bedingungen geschaffen werden. Wobei ich auch denke, dass Immunsystemstärkung, dass es auch wieder etwas ganz Individuelles und Spezifisches ist, was da jeder braucht. Aber es gibt eine neue Entwicklung, also so der, wie heißt die, Charité in Berlin, dieser, also die bemühen sich ja sehr, alternative Medizin auch zu stärken, und zum Beispiel habe ich ein Buch dastehend von Tobias Esch, gestärkt natürlich durch alles, was aus Amerika, Joe Dispenza und so kommt, die Selbstheilungskräfte. Also das Buch heißt auch so. Also es ist in der Welt und die Bücher gibt es und das ist ja ein Anzeichen dafür, dass es immer mehr Menschen gibt, sonst würden ja keine Bücher so produziert werden, auch im deutschsprachigen Raum. sage ich jetzt, da gibt es einfach ein Bedürfnis danach, wirklich selbstverantwortlich zu leben und zu gucken, was kann ich selber für mich und meine Heilung tun. Ja, ich finde, das macht dann wieder Mut. Ja. Ich hoffe das. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe ja auch Bücher von Ken Wilber gelesen am Anfang und ich habe es zwar irgendwie toll gefunden, konnte aber nicht wirklich was damit anfangen, weil ich niemanden hatte, mit dem ich drüber reden konnte und keine Unterstützung bekam. Wenn ich also jetzt ein Selbstheilungsbuch lese, sage ich, ah ja, ist toll, aber das kann ich ja nie. Ja? Also wie könnte ich denn das überhaupt? Und da müsste ich ja und so. Also ich glaube, man muss sehr viel mehr machen, als nur ein Buch lesen. Also das Buch ist schon toll, ja? Das ist der Anfang. Und bis man das wirklich so weit kommt, zum Beispiel, dass ich jetzt diese Atemübungen wirklich jeden Tag mache, vielleicht mal alle zwei Wochen einen Tag nicht oder so, weil ich es plötzlich vergessen habe, das kam wirklich erst jetzt, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich das machen. Ja? Also obwohl ich ja weiß, das ist wichtig und ein Pipapo und trotzdem braucht es manchmal erst einen bestimmten Anlass, bis man das endlich macht. Und ich halte mich ja für ein bisschen bewusster, sagen wir mal, als viele andere Menschen. Und einfach nur ein Buch gelesen zu haben, ich habe viele Bücher gelesen und habe es trotzdem nicht gemacht. Also versteht, was ich meine? Es ist toll, dass es die Bücher gibt und die werden dann konsumiert, aber machen tut man es trotzdem nicht und ich schließe mich da nicht aus. Ja. Ja, und ich kenne das auch und ich merke in mir, das ist vielleicht auch eine Veränderung, vielleicht auch eben, weil es einen äußeren Anlass braucht. Klar ist die Frage, ist es aus Angst motiviert und Angst ist ja unsere erste Intelligenz. Angst ist das, was uns wirklich bewegt. Aber du sprachst ja vorhin eben auch, es geht ja um die Panik und um Erstarrung in der Angst. Das ist ja ganz was anderes, wenn es eben kein Frontalhirn sozusagen zur Verfügung steht, auch dem Kollektiv. Ich denke, das zu unterscheiden, ist total wichtig. Und ich merke sehr groß, wie viele Jahre ich eben oder immer noch intellektuell verstehe und nicht danach handle. Es gibt ja auch den Fachausdruck dafür, der Gap zwischen eben dem Wissen und dem Handeln. Und das gibt es individuell und das gibt es kollektiv. Ja. Und vielleicht könnte eben so eine Situation dazu führen, dass eben mehr Menschen vom rein intellektuellen Wissen ins Erfühlen und Handeln kommen. Das wäre vielleicht die Chance. Ja, und mir fällt halt der Bezug zum letzten Mal ein, weil ich ja eben schon gesagt habe, mir fehlt natürlich der Austausch wirklich mit Menschen, wo man in die Tiefe gehen kann, beziehungsweise mit Menschen, die tatsächlich Erfahrungen haben. Wenn du sagst fühlen, aber zum Beispiel, wenn es ein spiritueller Weg ist, habe ich ja schon formuliert, mir fehlen die Erfahrungen von tiefen, muss jetzt nicht gleich mystischen Erfahrungen sein, aber wo ich das Gefühl habe, eben ja, dieses, ich bin verbunden, ich bin Teil, das wirklich, ja, Experience, also mich erfahren zu lassen. Da merke ich einfach, diese Sehnsucht ist weiterhin nicht sehr erfüllt. Könne ich dich was fragen? Klar. Fühlst du dich Teil von unserer Runde? Ja. Das ist doch auch schon eine Erfahrung. Ich wollte nur, als du das so sagtest, wollte ich eigentlich nur, kam mir so hoch, dass ich dachte, vielleicht hast du die Erfahrung, aber du bist dir nicht dessen bewusst, dass du sie hast, was du noch nach irgendwas suchst, was irgendwie super ist oder so, oder dich vom Hocker haut. Ja, ja, mag sein, wo das die Munja eben erzählt hat, letztes Mal, und wir wissen es ja von anderen Leuten, und ich glaube auch, dass da auch eben die Gedanken oder die Sehnsüchte möglicherweise ideal sind und in Wirklichkeit man das nicht wertschätzt, was da ist. Also es gibt schon Unterschiede, also es gibt schon Erfahrungen, die einen so prägen, dass da eine Gewissheit hängen bleibt, dass da eine Gewissheit wirklich präsent bleibt, dass wir alle verbunden sind, eine Gewissheit, die das Vertrauen stärkt. Also das gibt es schon, und ich wünsche halt auch jedem solche Erfahrungen, weil das hilft wirklich im Leben. Zum Handeln, hatte ich für mich eine sehr interessante Erfahrung im NLP, ich habe immer gesagt, ich bin Handlungstyp, bin ja Projektmanagerin, das war glasklar, also Beziehungstyp, Erkenntnistyp, Handlungstyp. Und dann sagt er, nee, bist du nicht. Ich habe mich da zappeln lassen, lange Rede, kurzer Sinn. Er meint, natürlich bist du ein Erkenntnistyp, und hast du jemals gehandelt, ohne darüber nachzudenken? Ich sage, natürlich nicht. Idealerweise, also dieses NLP ist ja so Komprimat, sozusagen vom Enneagramm letztendlich nur, entwickelt man sich durch, immer wieder im Leben so rundherum. Aber es gibt halt genügend Menschen, die halt geboren werden und sterben. Also in diesem einen Punkt und sich im Prinzip nicht wirklich weiterentwickeln. Und das ist mir halt auch aufgefallen, dass viele halt, auch in meinem Umfeld oder so, dann ja auch Erkenntnistypen sind, mit denen kann ich wunderbar, bin ja selber einer, aber dann festgestellt habe, dass die eben nicht ins Handeln kommen. Oder die, die handeln, wenn die nicht nachdenken, dass die Aktionismus machen, dass ich dann permanent den Kopf schüttel, also auch meine Projektmanagerkollegen, die Kerle, die sich dann hinstellen, sie sind ja die Kerle, wo ich dann so denke, na, was macht ihr denn da? Also es ist doch hier irgendwie alles nur Humbug, ja? Also, und ich glaube, das hat mir, ja, so eine Krise kann helfen, weil man dann in gewisse Notmechanismen kommt, was macht. aber ich glaube, anzuerkennen die verschiedenen Typen und dann vielleicht da auch zu gucken, was braucht wie und was kann wer für wen mitmachen. Also klar, die eigenen Prozesse kann man immer nur selbst machen, aber ich habe gelernt, dass ich halt Fähigkeiten habe, die nicht jeder hat und dass ich die eben auch immer wieder schon seit Jahren eben zur Verfügung stelle, eben dieses Handeln oder dieses Vorbereiten zum Handeln. denn ich kann ja, ich organisiere das ja dann, aber ich kann nicht alles selber machen, so Großprojekte muss man ja auch verteilen. Also das nur so zum Handeln, was meine Erfahrung ist, was ich gesehen habe und ich habe noch keine richtig große Lösung, außer dass ich so punktuell natürlich meine Kapazitäten zur Verfügung stelle an gewissen Punkten. Ja, ich glaube, dass nur eine Krise dafür alleine nicht ausreicht. Hattest du das so verstanden, als ob eine Krise und als ob Chaos allein das das Reit dafür reichen würde. Also als ob das irgendjemand oder ich jetzt hier so gesagt hätte, als ob das reichen würde. Ne, das reichen nicht, aber so nach dem Motto, kam ja eben kurz davor, so nach dem Motto, ja, vielleicht muss ja die Krise noch schlimmer werden oder irgendwie so. Ja, ja, schon. Deswegen, dass das Chaos schon schlimmer, aber nicht, dass das Chaos allein reicht, sondern das muss schon mit Bewusstsein oder mit Achtsamkeit, mit allen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, muss man schon dann in diesem Chaos damit umgehen, damit Selbstorganisationsprozesse und Selbstheilungsprozesse möglich werden. das schon, das ist klar, aber diese energetischen Prinzipien, die sind so, da ist ein Gleichgewicht, es muss Chaos hergestellt werden, es muss Betroffenheit hergestellt werden, man muss in diesem Flow bewusster und akzeptieren, dass man jetzt in so einem Prozess drin ist, damit sich dann Selbstheilungsprozesse auf einer neuen Ebene eben selbst organisieren. Also das sind synergetische Prinzipien aus der Physik, die sich so gezeigt haben. Und ich dachte dazu, sind wir eigentlich aufgerufen, Facilitators zu sein. Denn solche Prozesse brauchen im Allgemeinen Facilitation. Ja. Die Frage wie, denn ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten Politiker da ziemlich gut drin sind, in diesen Dingern. Nee, die sind schon im Orangenen, also in modernen, pragmatischen und linearen Denksystemen drin. Wenn ich das mache, dann passiert das und das passiert eben, da sind wir eben einfach im Moment bei so großen Krisen kann man nicht so an die Dinge herangehen. Ja, dann die Frage, könnten wir das oder könnten wir das fördern irgendwie? Und auf welche Art und Weise? Denn ich denke, es hängt viel von Leadership ab. Das hat man ja jetzt gesehen in den verschiedenen Ländern. Es gibt bessere und nicht so gute. Aber es ist immer noch nicht, wo sind die Integral Leaders? Das ist die Frage, die ich stelle. Ja. Müssen die auch sichtbar sein, um zu wirken? Naja, wenn es um Entscheidungsprozesse geht, wäre es schon ganz gut, wenn die vernünftig sozusagen geführt würden. Und nicht vernünftig im orangen Sinne, sondern vernünftig im umfassenden Sinne. Also, ich denke mal eben, wir können, also ich kann nur für meinen eigenen Bewusstseinsprozess sprechen und kann irgendwie das Feld, in dem ich wirke, so wie, wie soll man sagen, dass ich irgendwas ausstrahle, keine Ahnung von, keine Ahnung, eben von, schwierig, das, was ich zu Beginn gesagt habe, nicht, dass ich Angst sozusagen ausstrahle, diese Freiheit, die du beschrieben hast, in die möchte ich eben auch kommen oder eine Stärke über eine Beruhigung, eine Ruhe eigentlich oder Gelassenheit oder, also das ist ja das eigentliche, würde ich sagen, Geistestraining oder Seelen oder, ja, es lässt sich ja nicht trennen, Körper und Geist. und, aber ich denke, mir kommt nur die Idee, so eine Hoffnung, keine Ahnung, dass halt der Prozess weitergeht und dass Menschen immer mehr ein Bewusstseinslevel kriegen oder mir fällt die Politik ein in Südafrika, wenn man sagt, wenn, wenn Politiker von Spiral Dynamik irgendwas hört, hören und dadurch eine andere Art von professioneller Beratung oder so bekommen, eben aus einer anderen Ebene heraus. Aber ich kann doch nur für mich, ja. Das war meine Frage. Ist das wirklich so oder können wir noch mehr als das? Das ist die Frage. Ich weiß es auch nicht, also ich beschränke mich im Moment auch auf meinem Kreis. Ich glaube, ich gehe, ich glaube, die Wirkung ist ja von ganz, auf kleinster Ebene, also energetisch, geistig und bis es sich manifestiert und also ich kann nur sagen, kann man wirklich entscheiden und fragen, ob ein Handeln letztendlich wirksamer ist als all das, was vorher läuft. es wird ja nur höher bewertet. Ist jetzt eine These. Also mir fielen die Projektmanager ein. Da gab es zumindest eine Arbeitsgruppe auch mit den Flüchtlingen und eine Arbeitsgruppe pro bono. da konnten dann sozusagen Vereine und irgendwelche Projekte, Institutionen an die Projektmanager ran und dann haben die halt ehrenamtlich ihr Know-how auf dieser Ebene zur Verfügung gestellt. Das fällt mir ein. Nicht, dass ich jetzt wüsste, den nächsten Schritt, wie könnte man das hier machen. Gebe es einfach mal rein, drüber schlafen und vielleicht kommt was raus. Mir fällt ein, das Weibliche, also die Verbindung schaffen zu Menschen und da zum Beispiel weitergeben über Vorbeugungsmaßnahmen, über die gesunde Lebensweise oder und zwar nicht als Predigt, wie ich das immer gerne tue, sondern möglichst mit einer guten Geschichte verbunden, dass es inspirierend ist. Das könnten wir eigentlich schon machen. Da fällt mir dazu ein, ich habe hier einer Nachbarin versprochen, dass ich ihr das Video mit der Wim Hof Methode schicken werde, obwohl die kein Englisch kann, aber vielleicht kann sie es trotzdem machen und ich habe es vergessen. Das fällt mir ein. Solche Sachen, dass man es weiter weitergibt, was man selber für wichtig hält. Ja, wir haben halb neun, Heidi, was meinst du? Ja, ich denke, wir haben zum Abschluss kommen, gell? Ja, wir haben sehr viel bewegt. Ich finde es wirklich ganz, ganz schön heute wieder, das Greenstorming zusammen. Ja, danke, danke euch. Und Marie Roos, ich wünsche dir baldiges Loslassen der Plagegeister, sagen wir mal. Ja, ich hoffe, dass ich damit schlafen kann. Oh, das ist unangenehm. Nicht wieder in diesen Teich springen, aber der Sommer ist ja eh jetzt vorbei, denke ich. Naja, ich habe 87 bei einem Training hatte ich systematisch gelernt, eben auch im kalten Wasser, wirklich im kalten Wasser zu sein, eben auch überatmen. Also scheint sowas ähnliches wie die Wim Hof Methode zu sein. jedenfalls konnte ich auch bei null Grad draußen im kalten See bis zu 50 Minuten draußen im See bleiben. Da bin ich zu feige. Ich bin ja noch nicht mal in dem Tiber da, in dem Fluss gewesen, da ein paar Freunde von mir waren schon drinnen rum geschwommen, aber ich nicht. Aber ich gehöre auch zu den Menschen, denen die kühle, definitiv kühles Wetter und kühles Wasser, denen das richtig gut tut, denen meine Psyche tut das gut. Ich habe immer die kalten Duschen, meine Mutter war ja so immer mit Kneipp verbunden und kalte Duschen und hin und her, das habe ich ungefähr bis zu meinem 30. Lebensjahr jeden Früh dann kalt geduscht und ich habe gedacht, das muss ich mir nicht mehr antun. Vielleicht jetzt mit der Erkenntnis, Wim Hof mal sehen, ob ich es mal wieder mache, bislang nicht. Okay, ihr Lieben, Dankeschön. Wollen wir noch ein ganz kurzes Checkout machen? Ich mache es gleich, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder da wart und dass wir schön geredet haben. Ich gehe weiter an die Anna. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, also ich finde es auch schön, ich fühle mich tatsächlich zugehörig, sehr, unserer Gruppe, wirklich, und ich bin ein bisschen verwirrt, nachdem du gesagt hast, Wim Hof achtet mehr aufs Ausatmen als aufs Einatmen, weil ich habe es genau umgekehrt gehört, Luft anhalten ist klar, wie gesagt, ich mache das, aber das kann ich ja nochmal überprüfen, das glaube ich, habe ich nicht erzählt, dass ich, ich habe ja chronisch-lymphatische Leukämie und habe mich testen lassen, ich weiß noch, Blutkörperchen sind sie um 10.000 gesunken, das fand ich spannend und das hat mich motiviert, wirklich im Hinblick eben auf Selbstheilung, das fand ich spannend, genau, und vielleicht noch ein Satz, die drei Keywords sozusagen für das Thema Brunnen, Hexagramm 48 sind, oh Gott, oh Gott, das fällt uns mal nicht ein, Weisheit, Ideenreichtum, Weisheit wäre die City, weibliche Weisheit City und Gott, den Schatten, Unvermögen oder so ähnlich, also Selbstzweifel, habe ich Lösungen sozusagen, und zwar kollektive Lösungen, das ist ein kollektives Thema, was da angesprochen wird, also der Brunnen, aus der Tiefe des Brunnens, Ideen für kollektive Lösungen, haben, finden, sammeln, das wäre mein Angebot. Schön. Ja, und ich denke, dass wir schon auch in die Richtung hinein wirken, mit unseren Treffen, weil da schaffen wir ja auch Gemeinsames. Ja. Ja, ich danke euch auch, es war wieder spannend, auch wenn ich mich so unruhig gefühlt habe, aber es hat mich wieder sehr gefreut. Ich gebe weiter an dich, Ramona. Ja, ich danke dir, Anna, ich habe dieses Buch mal wieder sozusagen aus meinem Grund deiner Mail, ich habe es glaube ich noch nie wirklich gelesen, ich habe es nur für gut empfunden und gekauft und jetzt mal gucken, wie weit ich komme bis zu unserem nächsten Gespräch. Schau mal nach, Jinky 48. Ich habe schon Lesezeichen reingelegt und die ersten Zeilen gelesen, aber ich hatte heute zu viele Termine. Okay, ihr Lieben, dann bis nächsten Monat. Dann bis nächsten Monat. Ja, bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.